Elmar und Linda wollten für ein Wochenende im Wald zelten gehen. Allerdings wussten sie nicht, dass er von einem bösen Geist, der Eindringlinge nicht mochte, bewacht wurde. Er erschien ihnen und sagte, Ihr habt ungebeten einen Fuß in meinen Wald gesetzt. Ihr müsst für immer hier bleiben. Vergesst euer Zuhause, ihr werdet nie wieder dorthin zurückkehren. Bitte verzeih, wir wussten nicht, dass der Wald hier gehört. Bitte lass uns gehen und wir werden ganz sicher nie wiederkommen, bettelte Linda. Der Geist antwortete, Ich will Gnade vor Recht ergehen lassen. Die Geheimnisse meines Waldes werden euch erwarten. Lust ihr alle Rätsel, dürft ihr die. Dann teleportierte er sie an eine düstere Stelle seines Waldes und verschwand. Auf der Suche nach einem Weg aus dem Wald kamen Elmar und Linda an einen Fluss. Sie mussten ihn überqueren, um ihre Reise fortzusetzen. Es gab drei Brücken. Über welche sollten sie gehen? Siehst du das Flussungeheuer unter dieser großen Steinbrücke? Das sieht gefährlich aus. Und der Steg aus Holz sieht sehr alt aus, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Sie sollten über diese Brücke gehen. Nachdem Elmar und Linda die Brücke überquert hatten, sahen sie drei Wege vor sich. Der erste führte zu einer Höhle, in der riesige, hungrige Trolle lebten. Der zweite führte zu einem Haus von bösen Hexen, die Menschenblut für einen Zauberspruch, um ewig jung zu bleiben, benötigten. Der dritte Weg führte zu einem Sumpf, in dem eine achtköpfige Schlange auf ihre Beute wartete. Sie sollten den dritten Weg nehmen. Sie genau hin. Etwas weiter vorne gabelt sich der Weg noch einmal. Es gibt also einen vierten Weg, auf dem sie weitergehen können, ohne im Sumpf zu landen. Als sie am Ende des vierten Weges ankamen, sahen sie die Hütte eines Zauberers. Sie dachten, er könnte ihnen vielleicht helfen, aber das Tor war verschlossen. Als sie versuchten, es zu öffnen, tauchte eine magische Feder auf und schrieb ein Rätsel in die Luft. Das einzige Wesen, das euch einlassen kann, ist meine Eule Arthur. Um diese Zeit schläft er in einem Baum. Um ihn zu überzeugen, müsst ihr ihm seine Lieblingsblume bringen. Doch wenn ihr ihn nicht innerhalb von Sekunden findet, kann ich euch nicht helfen. Und ihr müsst ewig in diesem Wald bleiben. Hast du die Eule schon gesehen? Da ist sie. Elmar und Linda fanden nicht nur eine, sondern drei Eulen auf einem Ast. Nur eine von ihnen war Arthur. Wenn sie nicht herausfanden, welcher Arthur war, würden sie auch keine Hilfe von dem Zauberer erhalten. Die erste Eule sagte, Die dritte Eule ist nicht Arthur. Die zweite Eule sagte, Ich bin nicht Arthur. Und die dritte Eule sagte, Ich bin Arthur. Nur eine von ihnen sagt die Wahrheit, die anderen lügen. Weißt du, welche von ihnen Arthur ist? Wenn die erste Eule Arthur wäre, würden sie und die zweite Eule die Wahrheit sagen. Wäre die dritte Eule Arthur, würden sie und die zweite Eule die Wahrheit sagen. Doch nur eine von ihnen sagt die Wahrheit, stimmt's? Also muss die zweite Eule Arthur sein. Als Elmar und Linda herausgefunden hatten, wer Arthur war, flogen die anderen Eulen davon. Dann fragte Linda die Eule nach ihrer Lieblingsblume. Arthur antwortete in einem Rätsel. Ich kann sehr groß werden. Ich bin gelb. Wenn ich jung bin, folge ich dem nächsten Stern am Himmel. Weißt du, welche Blume ich bin? Arthurs Lieblingsblume ist eine Sonnenblume. Elmar und Linda mussten Arthur eine Sonnenblume bringen, damit er sie hereinließ. Sie fragten ihn, wo sie eine finden würden und Arthur schickte sie zum Sonnenblumenfeld, das sich zwischen einem Maisfeld und einem Weizenfeld befand. Als sie nach der Richtung fragten, erwiderte Arthur, Wenn ihr nach Westen gehen und nach rechts abbiegen würdet, dann eine Weile in die Richtung laufen und dann zweimal nach links abbiegen würdet, in welche Richtung wäret ihr dann unterwegs? Das ist die richtige Richtung. Kannst du sagen, in welche Himmelsrichtung sie gehen müssen? Nach Norden Nachdem Elmar und Linda eine Weile gelaufen waren, tauchte ein wütender Kobold aus dem Nichts auf und betäubte sie mit Feenstaub. In einem Kerker öffneten sie wieder die Augen. Der Kobold sagte, Ihr habt mein Gold gestohlen und ihr werdet in diesem Verlies bleiben, bis ihr mir verratet, wo es ist. Elmar sagte, Wir wissen nichts über dein Gold. Aber der Kobold glaubte ihnen nicht. Plötzlich sah Linda in einer weiteren Zelle mit drei Gefangenen etwas, das ihnen helfen könnte. Linda war aufgefallen, dass einer von ihnen fliehen wollte. Sie schlug dem Kobold einen Handel vor. Sie sagte, Ich werde dir verraten, welcher Häftling plant zu fliehen, wenn du uns dafür freilässt. Er ist vermutlich derjenige, der dein Gold gestohlen hat. Ich verspreche dir, bei der Suche zu helfen, wenn du uns gehen lässt. Der Kobold willigte ein. Sieh dir die drei Gefangenen an. Weißt du, wer von ihnen versucht zu entkommen? Es ist dieser Häftling. Er hat eine Karte in der Tasche stecken. Sicher plant er irgendwas. Der Kobold nahm dem Gefangenen die Karte weg und befreite Linda und Elmar aus der Zelle. Er sagte, Doch jetzt müsst ihr mir helfen, mein Gold zu finden. Linda entdeckte ein paar Notizen auf der Rückseite der Fluchtkarte. Die erste lautete, Finde das Gold in dem Feld aus Gold. Was glaubst du, was das bedeutet? Erinnerst du dich an Arthurs Worte? Er informierte Linda und Elmar über drei Felder. Sonnenblumen, Mais und Weizen. Alle drei sind gelb bzw. golden. Das kann nur bedeuten, dass das Gold des Kobolds in einem dieser Felder liegt. Der Weg vom Kerker des Kobolds zu den Feldern war neblig. Sie verliefen sich und kamen in einen Teil des Waldes, den nicht mal der Kobold kannte. Elmar fielen direkt drei seltsame Dinge auf. Entdeckst du sie auch? Obwohl es am Tage ist, ist dieser Ort dunkel. Die Pilze auf dem Boden sind in Wirklichkeit kleine Häuser. Und einer der Schmetterlinge in der Luft ist gar kein Schmetterling, sondern eine Fee. Sobald Elmar die Fee entdeckt hatte, flog sie zu ihnen heran und sagte, Ich soll der Feenmutter etwas zu essen bringen. Doch als ich fragte, was sie wolle, sagte sie nur, Entferne das Äußere und koche das Innere. Dann isst das Äußere und wirft das Innere weg. Das möchte ich essen. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Könnt ihr mir helfen? Kennst du die Antwort? Das ist ein Maiskolben. Die Fee bedankte sich für ihre Hilfe. Linda erzählte ihr dann, dass sie auf dem Weg zu den Sonnenblumen, Mais und Weizenfeldern waren, sich aber verlaufen hatten. Die Fee erwiderte, dass sie ja nun auch zum Maisfeld müsste. Als sie am Feld ankam und die Fee ihren Maiskolben hatte, fragte sie, was sie denn suchten. Der Kobold antwortete, Wir suchen nach meinem Gold. Die Fee erzählte ihnen, dass jedes Feld ein Labyrinth war. In der Mitte eines jeden Labyrinths stand ein Goldschatz. Doch nur einer war echt, die anderen waren Fälschungen. Der echte Goldschatz befand sich in dem Labyrinth mit dem kürzesten Weg vom Eingang zum Ziel. Weißt du, welches es ist? Es ist das Sonnenblumenlabyrinth. Der Kobold war froh, sein Gold wiedergefunden zu haben und verabschiedete sich von Elmer und Linda. Sie pflückten eine Sonnenblume für Arthur und gingen zurück zur Hütte des Zauberers. Auf dem Weg dorthin hörten sie einen Schrei. Sie rannten auf das Geräusch zu und entdeckten drei Prinzessinnen. Sie alle behaupteten, Hilfe zu brauchen, weil sie von zwei Monstern verfolgt wurden. Doch nur eine von ihnen war eine echte Prinzessin und sagte die Wahrheit. Die anderen waren die beiden Monster. Weißt du, wer wer ist? Die echte Prinzessin ist die zweite. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du, dass die erste Prinzessin einen Monsterschwanz hat. Die dritte Prinzessin hat winzige Ogerohren. Sie ist sicherlich auch ein Monster, das die Prinzessin jagt. Nachdem sie der Prinzessin geholfen hatten, kamen Elmer und Linda an der Hütte an und überreichten Arthur die Sonnenblume. Er ließ sie daraufhin herein. Der Zauberer begrüßte die beiden und fragte, was er für sie tun könne. Sie sagten, dass sie nach Hause wollten. Der Zauberer sagte, dass er ein Portal öffnen könnte, aber eine Spezialzutat, die er dafür bräuchte, wäre verschlüsselt. Kannst du sagen, welche Zutat das ist? Es ist ein Teil einer Krähenfeder. Der Zauberer vollführte seinen Zauber, doch etwas ging schief. Statt eines Portals tauchten drei magische Portale auf. Hinter dem ersten konnten sie einen Ritter mit einer Streitaxt sehen. Hinter dem zweiten schoss ein Roboter Laserblitze aus seinen Augen. Und hinter dem dritten Portal erwartete sie ein Vampir mit einem Dolch in der Hand. Nur ein Portal würde sie sicher nach Hause bringen. Aber welches? Natürlich das Portal mit dem Vampir. Der Dolch ist aus Silber, doch Vampire können Silber nicht anfassen. Also ist der Vampir auch nicht echt, sondern vermutlich ein Mensch in einem Kostüm. Wer weiß.